Diese Regierung, wenn sie dann zustande kommt, und ich möchte, dass sie zustande kommt, wird einen rasanten Wandel begleiten müssen. Einen rasanten Wandel, bei dem ich mich schon öfter an die Junge Union gewendet habe, weil sie diejenigen sind, die schon mit der Digitalisierung aufgewachsen sind oder voll in sie hineinwachsen. Wenn ich mir das Durchschnittsalter von CDU und CSU-Mitgliedern anschaue und ich verbessere das nicht mit meinem Alter, dann ist es einfach so, dass wir die Jungen brauchen, die uns klar machen, in welcher Zeit wir leben und welchen rasanten Wandel wir zu begleiten haben.